Ja moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Sechs Tage ist es tatsächlich her seit dem letzten Video. Ich hatte einfach wirklich gar keine Zeit in irgendeiner Form ein Video hier für diesen Kanal aufzunehmen. Aber ich verspreche euch, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Und ich habe einen Tipp für euch mitgebracht für den morgen Montag. Der wird auch wieder zur Abstimmung unter den Kommentaren bereitstehen. Also wirklich gerne, gerne, gerne wieder abstimmen. Und wie geht es mit dem Kanal weiter? Und die EM 2020 steht hier in zwölf Tagen. Bevor, hier geht es dann natürlich absolut ab. Hier auf dem Kanal, hier wird jeden Tag ein Video zukommen. Das kann ich euch versprechen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, legen wir los mit dem Tipp für den morgigen Tag. Ich habe mir die vier Spiele hier angeschaut. Ansonsten hat, ja, findet morgen nicht sonderlich viel statt. Dänemark U21 gegen Deutschland. U21 habe ich mir hier angeschaut. Ich habe so ein bisschen das Ganze schlagzeilentechnisch bei der U21 von Deutschland verfolgt. Die haben sich doch wirklich schwer getan. Leichtfüßig war das Ganze nicht. Das sieht man auch so ein Stück weit an den Ergebnissen. Die waren, wenn dann, relativ knapp immer bei Deutschland. Und Dänemark spielt wirklich sehr, sehr ordentlich. Zumindest statistiktechnisch. Ich muss euch aber wirklich sagen, ich habe hier kein Spiel von angeschaut. Also, wenn jemand von euch wirklich das aktiv verfolgt hat, dann auf jeden Fall in die Kommentare damit. Das Ganze war mir aber dann trotzdem zu heiß. Spanien U21 gegen Kroatien habe ich mir angeschaut. Spanien seit 18 Spielen nicht mehr verloren. Ich habe mir natürlich auch die Gegner hier angeschaut. Das waren natürlich jetzt zuletzt nicht die stärksten Gegner, die sie hatten. Und man muss dazu sagen, das letzte Spiel war am 30.03. Das ist auch hervorzuheben hier. Das heißt, das Ganze ist schon zwei Monate her seit dem letzten Spiel. Das ist auf jeden Fall nicht außer Acht zu lassen. Gerade weil es hier ein K.O.-Spiel ist. Wir sind hier im Viertelfinale. Das darf man auch nicht vergessen. Trotzdem Kroatien hier. Auch wenn man sich die erste Mannschaft von Kroatien anschaut, dann tun sie sich auch schon in der ersten Mannschaft ein bisschen schwer. Und ich sehe Spanien hier wirklich deutlich stärker. Ich habe so ein bisschen die Ergebnisse verfolgt hier. Und deswegen wäre hier der Tipp mit der 1,61-Quote. Hier gibt es sicherlich auch Wetteranbieter mit einer höheren Quote. Das Spiel, welches sich anspielen würde. Auch wenn Portugal gegen Italien auch ganz interessant statistiktechnisch aussieht. Aber hier sind beide performancetechnisch wirklich sehr, sehr ordentlich drauf. Portugal sogar mit einer Siegesserie von 10 Spielen am Stück. Aber auch hier, wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr schwierig für mich einzuschätzen. Ja, ansonsten wäre das der Tipp. Gerne in den Kommentaren abstimmen. Ob das, beziehungsweise in dem Link, der erste Link in der Videobeschreibung, ob das ganze Spiel angespielt werden soll oder eben nicht. Hier können wir uns noch kurz die aktuelle Statistik anschauen. Die würde sicherlich deutlich rosiger aussehen, wenn wir diesen einen Spieltag nicht gehabt hätten, wo wirklich alles schief lief. Sonst wäre das Ganze wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube weiter daran, dass dieses System mit den Abstimmungen auf jeden Fall laufen kann. Wir hatten jetzt hier noch eine offene Wette. Mit Manchester United gewinnt den Titel gegen Villarreal. Das Ganze kam leider nicht. Hätte ich so nicht gedacht. Ich hatte auch wirklich gut Geld auf das Spiel gesetzt. Sehr, sehr schade. Darum passiert aber. Aber mit der EM glaube ich schon, dass wir das Ganze wirklich deutlich ins Grüne befördern können. Und das mit den Abstimmungen. Umso mehr Expertisen, umso besser. Du findest den Link unter dem Video, also unter dem heutigen Video. Gerne abstimmen. Ansonsten wäre es das mit dem Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen für den Algorithmus. Und wenn du noch nicht abonniert hast, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wie gesagt, es kommen täglich Videos und du bekommst die Videos immer einen Tag eher. Das wäre es jetzt gewesen. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, schönen Sonntag und hau rein und ciao.